Ja, ja, sofort. Und das bitte bis drei. Ja, ja, manchmal versteht man nur noch Bahnhof. Fühlt sich ausgebrannt. Kurz, der Akku ist leer. Höchste Zeit für Dextroenergien. Die schnelle Energie aus Dextrose. Nur Dextrose geht direkt ins Blut und gibt sofort neue Energie. Energie für mehr Konzentration. Energie für volle Leistung. Dextroenergien. Schneller geht's nicht.